Und ohne große weitere Umschweife und der Tradition folgend bitte ich den Bezirksvorsitzenden des ausrichtenden Bezirks Mittelfranken-Süd, Tobias Weidner, um sein Grußwort. Als neu gewählter Bezirksvorsitzender des Bezirks Mittelfranken-Süd darf ich Sie, darf ich Euch alle hier recht herzlich in Bad Wintzern, unserem Verwandstag, begrüßen. Wie jeder weiß, die letzten zwei Jahre waren geprägt von vielen Telefonaten, vielen Videokonferenzen und ich freue mich einfach, dass wir uns hier alle wieder vor Ort treffen können und miteinander sprechen können. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig für unseren Sport. Ich wünsche allen eine angenehme Eröffnungsveranstaltung, die wir schon gehört haben unter der musikalischen Begleitung vom A Cappella Trio Yes, einen geselligen und schönen Gemeinschaftsabend mit vielen netten Gesprächen und ein glückliches Händchen bei den morgigen Wahlen und den Entscheidungen, die eben morgen für unseren Sport, für die Zukunft anstehen. Ich darf nun das Wort an unseren Präsidenten, Konrad Kölnmeier, zur Begrüßung übergeben. Vielen Dank. Applaus 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 Applaus